Wir haben in den Hobby-Ligen gespielt, in den Kreisklassen und Ligen dieser Welt und haben, glaube ich, den Fußball eher geschabelt. Aber es soll mehr Spaß machen. Okay, jetzt machen wir weiter mit der U17. Jetzt wird es, glaube ich, mit der Körpergröße, waren wir auch schon langsam ein bisschen schwierig. Wir grüßen Sie, hier ist unsere U17 der Spielvereinigung. Die werden mitleitet von Trainer, von Tobias Gittier, mit Co-Trainer, Marco, Napolitano, Devin Hojimic, die Füße-Trainer-Polze, Martin Huck und die Kader-Geser. Von 22 plus ein Spieler, neun Zugänge, acht und die Jungs, die spielen in der Bayern-Liga. Also auch da ist einiges los und der Trainer, Tobias Gittier, der geht in sein 16. Jahr mittlerweile. Auch schon ganz schön lange Zeit.